Wer bin ich eigentlich? Und er heißt Wie ein weißes Blatt Papier. Hier sprichst du und reichst mir ein weißes Blatt Papier. Schreib was über dich. Störend, runzelnd beginne ich zu überlegen, wenn das mal nur so einfach ist. Denn was weiß ich schon von meinem Leben? Dass es mir gehört, niemand meine Zweifel und Gedanken hört und dass es in meinen Händen liegt. Ebenso wie dieses weiße Blatt Papier. Nun, was schreibe ich also dir? Dass ich ein Niemand bin und es nicht viel über mich zu wissen gibt. Dass ich ein Narr bin, der sich ab und zu verliebt in einen Menschen, in ein Lachen und gelegentlich ganz selten in sich selbst. Dann aber wieder auf die Nase fällt und sich unweigerlich der Frage stellt, was das eigentlich ist, was dich und mich und mich und mich zusammenhält. Doch nicht etwa dieses weiße Blatt Papier? Denn schließlich steht ihm noch alles frei. Dieses weiße Blatt Papier hier könnte alles sein. Es könnte eine Brücke bauen von mir zu dir und zu mir selbst. Dafür muss ich mich bloß trauen. Also beginne ich, noch ein klein wenig zögerlich zu schreiben, ich bin nicht nur das, was du siehst und vor allem nicht immer ich selbst, weil mir nicht jeden Tag dieselbe Schublade und nicht jeden Tag dasselbe Label gefällt. Ich bin keine festgelegte, sortierbare Kategorie, sondern mehr undefinierbar und eigentlich ziemlich free. Habe nie klar umrissen, wer ich werden will, bin zwar nach außen nicht laut, aber deshalb innen nicht still. Ich lasse mich von mir selber überraschen und kann mich selber nicht erfassen. Und dieses weiße Blatt Papier, ich schenke es dir, weil ich zwar nicht weiß, wer ich bin oder ob ich dadurch was verliere, aber doch weiß, dass ich dich liebe und glaube, dass wir durch Liebe jemand sind. So, das war der erste und in dem zweiten Gedicht geht es um eine andere Person, eine Person, die mir sehr viel bedeutet und es wurde passend zu dem Personalpronomen benannt, einfach sie. Und es geht so. Braun, rot, blau, gelb, weiß. Meistens laut und manchmal leis. Nichts und alles lebendig, vertraut, mutig und ängstlich, aber vor allem verletzlich. Im Krieg mit dem Leben, verliebt in das Leben und musikalisch begleitet bei jedem Schritt, der sie leitet. Sie versucht, alle Menschen zu verstehen, will Seite an Seite mit anderen Menschen gehen, ist keine Einzelgängerin und ist doch Einzelkämpferin. Sie zeigt sich offen und verwundbar, zeigt sich verschlossen und erfindbar, sie ist Ufer und Klippe zugleich. Ufer für mich und Klippe für sich. Suchen und nie finden, taucht auf, wie sie verschwindet. Setzt Verbundenheit absolut, dadurch ist ihr keiner je nah genug, dabei bin ich sicher, sie meint es eigentlich nur gut. Vielleicht nicht mit sich selbst, aber zumindest mit dem Leben. Sie will alles davon und alles davon verstehen. Sie will die Erde, aber lieber noch den Mars entdecken und sich dort vor der Welt, aber vor allem vor sich selbst verstecken, um sich vielleicht, ich weiß es nicht genau, erst tatsächlich zu entdecken. Braun, rot, blau, gelb, weiß. Gefangen in sich, in der Welt aber frei. Nichts und alles, schwermütig, leicht, aufbrausend, sanft und oft voller Angst. Im Krieg mit dem Leben und verliebt in das Leben und von Liedern umgeben, den ganzen Weg durch ihr Leben. Sie ist mehr, als ich weiß und mehr, als ich begreife, aber mir ist schon klar, dass sie es nicht immer leicht hat, denn sie ist wie Vertrauen, Trost, Schutz und Heimat. Sie macht mein Leben so schön, obwohl sie ihr eigenes manchmal leid hat. Jeder, der sie kennt, der sollte das zu schätzen wissen und wenn sie einmal geht, dann sollte man sie auch vermissen. Sie ist, äh, denn es gibt sie kein zweites und erst recht kein drittes Mal, es gibt sie nur einmal. Und dieses eine Mal ist ziemlich einzigartig, nicht kopierbar, nicht imitierbar, auch nicht immer nahbar oder nachvollziehbar, denn sie ist kein offenes Buch, sondern eines mit Schloss. Also, wenn mal eine Seite rausfällt und du sie zufällig auffängst, dann lass sie nicht mehr los. Akzeptiere, dass Teile von ihr immer ein Geheimnis sind und liebe die Seiten, die sie dir freiwillig zu sehen gibt. Tust du das für mich? Denn weißt du, wenn dieses Mädchen jemand liebt, dann hat sie es auch verdient, zurückgeliebt zu werden. Und ich kann leider nicht verbergen, dass ich mich frage, wann und ob sie jemand wieder so sehen wird wie ich und wann und ob ich wieder jemanden so sehen werde wie sie. Denn schließlich ist sie braun, rot, blau, gelb, weiß. Nie ganz sie selbst und niemals mein. Alles und nichts, Schatten und Licht, Selbstlosigkeit und Selbstbezogenheit und manchmal auch sehr allein. Im Zwiespalt mit der Menschheit, im Einklang mit der Menschheit und von Liedern umgeben den ganzen Weg durch ihr Leben. Dankeschön. Applaus 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 Bis zum nächsten Mal.